ARD Text im Auftrag des ZDF Den habe ich geschenkt bekommen von Kreisjäger Vereinigung Leonberg. Keine guten Erinnerungen. Ich weiß gar nicht, was ich trinken will, wenn ich schon einatmete. Ich bin ja sonst immer für Alkohol, aber jetzt irgendwie teilweise, ich weiß gar nicht. Oh Gott, Nase zu und durch. Wie viel Glühwein habt ihr schon getrunken heute Abend? Ich trinke keinen Glühwein, bei uns gibt es nämlich Apfelsaft mit Schuss viel besser. Was hat mehr Prozente? Keine Ahnung. Du trinkst genug und dann ist es egal. Egal. Schon wieder. Alkohol, naja. Heiß und neuner Stunde heiß. Heiß ist noch schlimmer als Alkohol. Schmeckt auf jeden Fall besser als ich gedacht hätte. Das soll keine Überleitung sein. Wie oft wart ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt hier? Also ich bin jetzt dreimal dabei und wie oft wir jetzt insgesamt hier waren, das weiß ich gar nicht. Gesamt heute? Ich war zweimal da. Okay. Wir haben noch jemanden sehr interessanten getroffen. Er weiß nur noch nicht, dass wir ihn getroffen haben. Heiß. Ohne Fiß auch noch. Hallo. Das muss ich erst mal fragen, was machen sie hier? Ich beaufsichtige meine Schüler. Mit Alkohol. Das kommt aber nicht im Internet. Doch, jetzt schon. Und wie viel Glühwein schon? Mein fünfter. Fünfter? Wirklich? Ja. Wie viel deiner? Der auch. Das ist nicht schlecht. Ich glaube ihr seid die Besten, die wir gesehen haben heute. So viel hat auch keiner geschafft heute. Echt? Schon? Ah, der Hannes, der kann es. Der Ulmberger Weihnachtsmarkt! Wir sind auf Sendung 3. Willkommen im schönsten Land der Welt. Dönerland. Wo ist eigentlich die Maincam? Das sieht jetzt so aus, als hätte ich vielleicht ohne Freunde hier. Hey, Alistia, komm mal her! Wir gehen jetzt im Fernsehen. Yes! Ich grüße meine Tante aus Wuppertal. Herzliche Grüße an dich, Annette. Okay, film wir schon. Oh Gott, wir nehmen schon. Was machen wir eigentlich? Scheiße. Oh Gott, wir haben die ganze Zeit aufgenommen.